Ja, es ist fantastisch, wenn man so empfangen wird. Ich meine, wir haben es ja schon am Volkspark gesehen, dass über 1500 Leute da waren. Das gibt der Mannschaft jedem Einzelnen ein gutes Gefühl, dass man jetzt positiv nach vorne schauen kann. Es wird ganz wichtig sein, dass man diese Saison auch ganz klar eine Einheit bildet mit den Fans und dass sie hier auch im Trainingslager sind, ist fantastisch. Natürlich, die ersten Tage danach waren sehr bitter. Die haben sich sehr schmerzhaft angefühlt, aber ich habe direkt danach gesagt, okay, ich schaue nach vorne, will das Projekt oder beziehungsweise die Mission Wiederaufstieg mitmachen, will, dass der Verein auch wieder erstklassig spielt. Ja, ich hoffe, Glücksburg ist ein gutes Omen für die Saison. Also dafür brauchen wir auch einiges. Wir werden hart arbeiten. Hier wird es starten. Hier werden wir anfangen, an den Dingen zu arbeiten und ja, dann werden wir sehen, wie die Saison verlaufen wird. Das war's. 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 Vielen Dank.